Willkommen liebe Fliegerkameraden in der Redaktion von Modellpilot.eu in unserem Baustudio und wir haben etwas ganz besonderes und zwar testen wir das Klapptriebwerk von Dr. Martin Thoma. Herr Dr. Martin Thoma hat dieses Klapptriebwerk vor kurzem entwickelt. Es ist eine, wie wir mal sagen, auf dem Markt eine Weiterentwicklung eines Klapptriebwerkes auf altbewährtem Wissen. Herr Dr. Martin Thoma hat dieses Klapptriebwerk sehr präzise vorbereitet, was in jedem Baukasten drin ist, sodass wir quasi das nur aus dem Paket herausnehmen müssen, die einzelnen Komponenten verstehen und nach dem Verstehen einbauen können. Und das müssen wir hochpräzise machen, weil dieses ist auch ein präzises Gerät. Und wenn wir etwas haben wollen, was präzise läuft, also logisch müssen wir es auch präzise behandeln, so wie Herr Dr. Martin Thoma es präzise konstruiert und ausgeführt hat. Nun, wichtig ist, dass wir diese Anleitung, die wir mitkriegen, gut studieren. Am Anfang zum Beispiel, das ist der ganze Schaltplan, das ist alles so wie es ist, so wird es geliefert, außer natürlich der Empfänger und hier das zweite Test-Servo für den Anlauf. Ansonsten ist alles dabei, außer die Akkus. Kino, die wir mitkriegen, gut studieren.